Liebe RSA-Internet-Freunde, der will sich immer einen Vordergrund spielen. Ach, jedes Mal. Susi und Poshy sind hier. Der hat nichts zu sagen. Und der Böttcher auch. Und wir freuen uns sehr, dass Böttcher heute da ist. Eigentlich sollten heute die Böfis wieder auf Sendung sein. Ja, aber ist nicht. Ist nicht. Sag doch mal, was ist los? Also ich sage mal so, ich bin alleine hier und der Fischer ist, ähm... Wo ist der eigentlich? Ach, der ist zur Kur. Genau, der ist wirklich zur Kur. Der hat Anfang des Jahres eine Kur genehmigt gekriegt. Also beantragt und hat sie jetzt genehmigt gekriegt. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, mein Junge. Wer sie eh mal ablehnt, kriegt nie wieder eine. Mache dich mal los. Wir machen das hier alleine. Machen wir noch ein paar Tage frei. Wir machen ein bisschen länger Sommerurlaub dieses Jahr. Ist auch nicht schlecht, oder? Die beiden freuen sich ein Loch im Bauch, weil die können jetzt ein bisschen länger früh aufstehen. Nee, wir freuen uns wirklich sehr. Und es gibt ein Versprechen, wann die beiden definitiv wieder zusammen auf Sendung sind. Ja. Kinder, wer noch keine Karte hat für das Sommerfestival am 31. August in Kamenz auf der Hultbergbühne. Und nicht erwarten kann, uns beide wieder zu sehen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen gibt, aber ist egal. Falls doch, kauft eine Karte, weil da sind wir wieder da. Definitiv in Kamenz auf der Hultbergbühne auf der Bühne. Da sind wir. Hand drauf. Hand drauf. Böttcher und Fischer wieder vereint. Wir haben uns noch nicht gestritten. Wir lieben uns noch. Nee, Böttcher, da gab es schon Gerüchte. Wir lieben uns noch. Alles ist gut. Wir, Böttcher und Fischer. Nee, wir lieben uns nicht. Also wir freuen uns drauf. Da sind die Böbis auf jeden Fall wieder da. Bis dahin. Eine gute Zeit. Bis zum Sommerfestival. Tschüss. Tschüss.